so locker beide felder und haben noch was für die hühner ist ach hier ist zu dunkel er hat meinen vertrag verlängert auf im casino wie sieht es mit der anderen nummer aus die zwei nummern du wolltest auch umziehen sehr schön dass das so was für dich hören so will ich das hören um so wartest du noch ein bisschen aus finanzieller sicht oder auf nummer sicher gehen oder beides ach so warum habe ich denn so viel genommen ich muss die doch gar nicht füttern dann töten wir so und dann füttern wir so wenn sie tot sind momentan viel wegen arbeit und winterdienst das stimmt für den umzug sollte man Zeit haben sonst würde ich Stress pur ist sowieso Stress Kommen sie ran, kommen sie ran Kommen sie ran, kommen sie ran, ich will ihnen nur Gutes so gut Nächtle, passi, ich wünsch dir was, gut Nächtle so einmal noch, ne, und dann füttern wir man weiß ja doch gar nicht mehr wo man damit hin soll wenn man so eine Maschine hat, ne das ist aber nicht Haram, das ist nicht Haram nicht ganz nah aber effektiv ja ach, komm ey, weißt du ganz ehrlich das Essen behalten wir, die fehlt jetzt mal so auch nicht weg es ist halt einfach viel zu viel sonst so so muss, B-Beutel, ich wünsch dir was schön, dass du noch reingeschaut hast nochmal was, hä alles weg, die Tiere müssen ausgebeugen genau, töten, aber die Sachen nicht benutzen einfach wegschmeißen ach so dreist schmeißen wir auch weg so auf drei sollten wir eigentlich auch noch kommen können, ne ja 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 theoretisch aber können wir auch nächstes mal machen wir müssen jetzt nicht jeder auch schon mit den Bombs machen oh ich hab sie doch schon wieder gesehen, ne ach lass sie doch drücken lass sie machen wir machen da, wir machen hier aber kann auch gehen, du Pimmel ach, das ist sowus war auf, achso, das ist sowus war auf, so muss das hm hm dann musst du das doch kennzeichnen so muss das so muss das und nicht so muss aber du kannst auch gehen, ja, na klar, kannst auch gehen tschüss, tschüss, tschüss 21 21 21 21 21 23 24 25 26 25 28 28 26 28 28 26 28 28 28 29 So, wir machen diese drei Spitzhacken, machen wir noch weg, ihr Lieben. Oh, der Kaffee ist schon wieder alle. Was ist denn eigentlich mit meiner Latte? Wollte der Vaneta nicht eine Latte machen? So ist die aufschreiben, ja. Mittelfuß, steht bei mir. Ups. Ah, das ist Mittelfußknochen? Was ist denn jetzt eigentlich mal mit Monopoly-Mann? Du bist ja immer noch live. Nee. Ja? Habe ich gerade einen Uppel gehört? Ja. Ja. Ja, aber Shiny will irgendwie gar nicht, ne? Die will irgendwie gar nichts. Die will kein Minecraft. Die will kein Monopoly. Aber es geht doch gar nicht um Wollen, sondern um Müssen. Ich glaube, das hat sie noch nicht so verstanden, ne? Ja, kein Plan, was die heißt. Okay, wenn ich hier fertig bin, den hast du noch in Europa, aber dann stehst du bestimmt schon. Minecraft verstehe ich scheinbar schon. Ach, Vaneta. Wir drehen uns im Kreis. Ich gehe gleich voll drauf. Wie immer ein Tümpchen. Ja, manchmal nicht, Wann-Iderchen. Manchmal nicht. Manchmal sind wir uns auch einer Meinung. Und das ist ja noch mal ekelhaft. Genauso ekelhaft, wie ich mit der Kippe hier sitze und ein Porno-Balken. Ach. Jetzt meldet die sich von übrigen Tüssen. Es ist komisch jetzt. Warte mal. Egi, bist du gerade da? Hast du das gerade beobachtet, Egi? Teebeutel meldet sich und Vaneta meldet sich auch wieder. So ein Ding hatten wir schon mal. Ja, ja, und? Hab das Film schon weggeguckt. Hab das Film schon weggeguckt. Ich glaube zu meinen, das war ganz schlimm. Weiß ich nicht mehr, ob das das war. Mit Lilly. Achso. Hä, ja. Okay. Lilly? Lilly schiebt schon. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Einfach wieder zu schön. So, von Vaneta habe ich ein Bild. Von Egi. Ja, da nehme ich halt einfach eins. Aber schreibt ihm mal. Super. Ich hätte ihn jetzt sowieso nach dem Stil nochmal angeschrieben. Diesbezüglich. Ähm. Also, Vaneta habe ich ein Foto. Von Teeboot habe ich ein Foto. Von Wieselchen habe ich ein Foto. Kirby muss ich fragen. Battle muss ich. Battle. Battle. Wie sieht es mit dir aus? Oha, Foto. Ein Foto für die Minecraft Kekleppen. A Hall of Kekleppen. Ja. Also, es muss kein Foto von deinem Gesicht sein. Es kann auch von deinem Rücken sein. Also, es muss jetzt kein, ne? Es darf nur nicht urheberig. Es wird sein. Du hast ein Foto von deinem Rücken? Von deinem Rücken habe ich. Dann wäre es schwarz, das Bild. Geil, wenn die Kippe kürzer wird und man hält die im Mund. Kann sein, dass du dumm bist. Hä, nein? Dein Rücken? Schwarz? Von dir habe ich ein Foto, ja. Also, jetzt ein normales Foto. Das hast du mir schon geschickt, ja. Das ist schon auf dem PC. Oder? Ich glaube gar nicht. Weil ich gerade gesagt habe, Battle kann auch ein Foto von seinem Rücken schicken. Und da hast du geschrieben, ja, hast du von mir auch. Der Rücken ist glatt. Oha. Mag Lili, das heißt er nicht, wenn er nicht glatt ist. Okay, nee, Lili ist nicht mehr da, denn lieber nicht. Mag das nicht so gerne. Das ist von Facebook, ne? Da habe ich, ne, Battle? Okay. Da habe ich ein Bild. Ja. Da kommt sie mal in Schuhe. Was ist dieses Facebook? Du bist halt einfach so ein Instagram-Model, ne, Teebeutel? Du bist bei Instagram hängen geblieben, ne? Also habe ich jetzt mal so festgestellt die letzten Wochen. Voll. So, eine Scharpizacke noch. Instagram gucke ich auch mal, aber da gucke ich ehrlich gesagt gar nicht so Videos. Videos gucke ich aber YouTube und TikTok. Tatsächlich aber YouTube. Facebook gucke ich auch ab und zu mal Videos. In letzter Zeit werden mir ganz viele Videos angezeigt mit hier E-Band. in der Kleinarzeigen, Verhandlungen und sowas. So witzige Verhandlungen finde ich total witzig. Ist so klasse. Alle machen rein Follow, Kapi. Follow gegen Follow, sagst du? Oh, darf ich ja nicht sagen bei TikTok. Ah! Wollte ich da schon mal für gesperrt. Ist aber auch richtig so. Ich weiß, was ich mal für sch Hack? Ich weiß, was das Schra mal вид,igke pastorinnen. actions ist da noch nicht speziell. Ich zeich interromatisch. Ich weiß, Sie sagen uns doch mal wie أنا,